Servus und willkommen zurück zu Let's Play Brickforst, so. Diesmal bin ich mit zwei Chaoten da. Hallo. Hallo. Ja, ich mach nebenbei auch ne Aufnahme. Abonniert mich alle, ich bin sehr, sehr toll. Ne. So. Ich. Der andere Heini ist da, dieser Dominik Vier-Zungenbrecher. Witzig. Ja. Wie kommst du jetzt auf Zungenbrecher, Mann? Ich hasse es, Zahlen auszusprechen. Genauso wie bei... Vier, vier, zwei. Schlimm? Nein, bei nahm. So verdammt schlimm. Ja, Mann. Wie wird es zu Zungenbrecher? Ja, warum nicht? Darum. Guck mal, ja, essen, essen, Pflanzenstände. Mit auch nicht wenigstens was aus. Boomer. Kommt jetzt, ich glaube, ich weiß, wo der Kerl ist. Ich auch, es war nur da. So, zu Bobotivier, was er war da dran hat. War irgendwie ein bisschen klar. Boomer, 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 boomer. Ah, hab ihn gefunden, hab ihn gefunden. Oder sie, was weiß ich. Komm, klein, wir hat den Kill. So, was du kannst, kann ich auch an einem G-Campen. So, ich dusche jetzt ein bisschen, oh nein, das sind die Frauen duschen. Nein! Du Sexist! Ui, Kitt. So. Bitte keine 80 Jahre alten Omas hier drinnen duschen lassen, das ist ein bisschen schlimm. Weil, dieses, diese Scheiße, was ist das hier, warte, ich springe das mal weg. Das sind duschen mit einem speziellen Feature. Oh, weee. Also, was du so an schön findest, das würde ich nicht wissen. Ja, wie schon gesagt, bitte keine 80 Jahre alten Omas, das bitte nicht. Das braucht doch nicht niemand. Äh, doch, du. Ah, Mann, ich breche durch. Zeitron. Geh mal, also geh mal aus dem Zoom von deiner Waffe raus, dann drück mal Entfernen oder wo auch immer du deinen, dein, dein, dein Fahrt. Ja, ja, ich kenne das. Ja, dann mach mal und dann zoom mal rein. Du hast einfach, ich bin gerade damit beschäftigt. Ja, du hast dann die Waffe und das Zoom-Rohr daneben. Ja, weiß ich. Alter, schlägt einfach mal die Tür von meiner Nase zu. Ey, das ist doch abnormal, Alter. Das ist noch einer. Das ist ein Orion. Oh mein Gott, ein Orion. Ich. Ich, ich bin ein, ein Vetternut. Und sonst ist es. In die Kander ist das schießen. Neuze, muss ein bisschen geistig bekloppt, muss ich zugeben. Also wie du. Ich sage, ich bin begeistig bekloppt und du sagst, so wie du, ähm, alles klar. Ja, aber die ja schon sagen, alles klar. Oh, nein, ne? Alles unklar. So, ich nehme jetzt mal zu der Käfer. Wow. Ich finde Feuerkäfer, ja, geil. Was sind Feuerkäfer? Vollkäfer, 3S. Vollkäfer, 3S. Vollkäfer, 3S. Amon Akon. Manchein, man hat einen speziellen Feature, wenn die Frau mal ausrasten sollte. Hier sind Sprungbrett. Ja, springen wir runter, da passiert was Schönes. Wee, pump, ha, 3HP, Alter. Wow. Ich bin so gut, 3HP. Wollte jetzt mal irgendwie richtig. Man, ich war ja ganz Christian. Man, ich werde das wirklich spielen. Hast du jetzt bekommen? No. Nein. Da war das nicht, Mann. Da war der dieser Dornblastertyp. Ja, nein. Dieser Dornblastertyp. Voll die Noobs, Alter. Du weißt, was nicht bedeutet. Oh, jetzt fängt er wieder mit seinen Storys an. So, auch mal live. Jetzt kommt's, jetzt kommt's, warte. Komm, jetzt darfst du auch erzählen. Sagt doch mal was gab es, erzähl es uns. Komm schon. Du bist auch so einlaufen. Die ganze Geschichte hat damit angefangen. Die ganze Geschichte hat damit angefangen. Halt die Schnauze. In einem weit entfernten Königreich. In einem großen Schloss. Lebt ja eigentlich ein Mädchen. Das hatte sehr lange Haare und das sieht auf jeden Fall nicht aus. Wow. Was eine Umkleiderammer noch. Du wirst ja auch gefunden, ne? Ja. Aber hier, es hat angefangen. Warum fehlt hier ein Brick? Das hat damit angefangen, dass wir gegen jemanden gespielt haben. Den hat der, also der hat dann halt im Hauptchat oder so gechattet. Was für eine Noob-Waffe der Dawn Blaster ist. Und dann kommt Zeitraum mit seinen Skills, Michael. Auch, na fuck. Also und dann... Weißt du was Noob heißt? Anfänger. Also gibt es ein Spiel mit dem Namen Dawn Blaster? Ich raff seine Logik nicht, Mann. Das stimmt doch. Wenn man ein Noobiger Dawn Blaster ist, dann gibt es doch ein Spiel namens Dawn Blaster. Ist doch klasse klar. Nein, gibt es nicht. Noob heißt Anfänger. 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 Noob heißt Anfänger in einem Online-Spiel. Das ist die korrekte Übersetzung. Noob heißt Anfänger in einem Online-Game. Deswegen. Ja. 라고 habe ich auch gefragt Gibt es also ein Spiel mit dem Namen rituals der Dawn Blaster? in einem online game wird heißt nur halt anfänger es heißt richtig in einem online spiel weswegen es falsch ist zu behaupten dass es anfänger heißt doch es ist einfach falsch zu sagen dass anfänger ist es heißt richtig waffe heißt anfänger war ein spiel deswegen also digga doch halt die schnauze das ist so als würde Schinken Kuchen heißen bist du behindert wie kannst du Schinken mit Kuchen vergleichen ja tust du doch auch gerade tue ich nicht ich korrigiere deine behindertheit nein du vergisst nur einfach mal heißt anfangen heißt anfänger waffe weil sie so einfach zu bedienen ist dass jeder anfänger sie benutzen kann also du heißt ja genau anfänger in einem online ein spiel bis hin ich hätte ich hätte Zeit von Waffe und die Bescheidung auf Heizkopf ganze Kollektion besteht aus Dornblastung auf den Markt haben und seltenen Waffen im Browser-Shop Haha einer Scheiß Giftgranaten ja sie sind auch Kronen und wieder Dornblastung ich habe ich habe Dinger ja die selber durch Stänger ja noch die Dinger und es wollte ich machen das ist die sich der sieben ab dass er benötigt aber noch wir sind die negativen auch scheiße der ist der Tod der wird es aber nicht tot alter fuck und zander so was habe ich gesagt es habe ich die mal halt dass die Scheiße gefangen ohr aber nicht die halt wenn man damit umgehen kann und ist sie ganz gut genau wie immer ein normales umdrehen können da gerade die Räume Dornblast oder fliegen die Nails wenn er nicht er ihr meint nur falsch verwenden zu müssen wenn du meinst ein Leben wäre schön dann tut es mir auch leid die Nieder er hat ein Kind wenn ich war mal den Tiefen du hast du auch mal wieder hinter dir bei dem Tag der Tiefen Nails ach das regelt ihr doch schon der Räuten halt das nicht Aachen erwischt die Kalle gestalten das meine Auro nicht gibt Granaten lassen wir sind ja schlimmer als die Osterer und Schneebel zusammen das ist was hat mir gerade wieder gesagt dass ich keine Hobbys habe aber da haben sie auch recht da wirft er mit den Giftnets rum mann da okay ihr künstler Mann und Spaß nein ja die Siegel wie sie knoppen bitte Gold einfach jetzt mal so kämpfen ich hoffe nicht wie die ihr Level bekommt Goldfrog ist ja noch schlechter als Zeit und der Tauschen der ist auch schon starb da bin ich auch ich bin wenn du gehst ja noch so einigermaßen er wird er hat man das gesehen ja ich ja nicht so noch Meckermitt kann wir sind so lang gerade dazu schießt ein ganz dann will ich fucking ernst ich durfte mich mal ja tschau und diese hatte und von diesem sehr geilen Duschum Kleiddinger da ja man das ist heute nicht so ein Minecraft-Style den Hebel umlegen und duschen euer er hat vorliegen jemand hat sitzen in einem Raum an der Arm an die Demo Tor machen ne ich bin unter Teil Heilschränke mehr was das Mimini und die Schnauze an der macht man an anderen haben bei einem anderen und an der anderen was zum du Intelligent, ich sag wie immer Mimimimi und oder doch Panda-Mam-Nam-Nam-Nam Das musst du auch passen, betonen Betonen Du musst es betonen Ja, Mann, zustimmen, Alter Mach mal, bitte Ui, Neckler, Mann Und Dominik, du fliegst raus aus dem Clan Nein, warum? Gratulier Okay, ja, ich hab noch mehr als Mal gedrückt, ne? Soll ich Widerspruch für dich machen, auf saf, alter Gebrot Widerspruch Das bleibt Nom 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 Jetzt kann ich in Ruhe weitermachen, Pan parallel dando Dang Leute, bitte Ich werde den Kanal von Schiller unten in die Kanabeschreibung verlinken doch in den Kommentaren schreibt das unter jedem sein die Ehre ich ganz fertig wird kann der Macht nun auf schnell auf einmal unter so unter diesem Video macht es einfach Biltz immer macht man man ja macht es einfach Biltz dank es könnte ich ihm wird es auch vorbeiseite ein bisschen es ist du willst mit Spaß S nam 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 der Kündig Zeitpunkt mein Gott muss es immer zu sein herzhock die Einbruchstuhl was erwischt wie du bist hier für die Sist Schöner Mann ich schieße einfach nur was wollt ihr doch alle aber anstrengen schönes Sitz bekommen Oral ich hasse es von der Anerkennung ist halt wenn man mehr als hübschen hat als Kiel für mich wie sehr große Gedanken über das Spiel weiter um du Prozent nützt Hürden die Uhr Jan Arme einer ich warte eigentlich nur noch dass es nur in den Haus kommt dann habe ich endlich mal wieder ein bisschen Spaß Alters Oren Prototyp am Mann die Hälte ist so hässlich wer ist deutsch die ist so hässlich gesagt du du flachverlösen auch Piers Hengst was er gar nicht Gratis Bolzen Bössings kein Kommentar äh wie die alles wollte ich auch vor mir schließen man nimmt ein ähm nein Holzengewehr legt seinen Kopf an na ähm Munition laden und dann abdrücken wenn der Kopf dann immer noch am Körper dran ist dann ab dem Piercing alles kann natürlich auch passieren dass der Kopf wegfliegt dann ist äh dann gibt es aber auch keine Geldrückgang Rückgabegarantie geiles Piercing was das vor allem Piercing was ist der Piercing ja das Piers Piercing hä das macht jetzt noch weniger Sinn das ist einfach so ein schlechtes Wortspiel okay ich teste mir die scheiß Prototyp alter wo ist die scheiße oh die hätte ich so hässlich man die so scheiße Robert die Wiese bitte hören sie auf mich die ganze Zeit zu gellisch hey ich hab die Icarus immer noch die scheiß Pistel die Icarus die scheiß Pistel das du mal zu uns ihres nein wir haben verletten man hat verletzt Entschuldigung ich gehe bei der Seele ist jetzt schießt auch von hinten auch von hinten ich weiß nicht was du so viel vorliegen hast das will ich glaube ich lieber nicht wissen ja würde ich an deiner Stelle auch nicht Aarie Alte Horneske hey ich bin im Kickword ein Wundersgeschehen ja Kickword zustimmen ich habe mich verarschen Alter will mich verarschen hier ich hab' ich mal dagegen gestimmt ich dann geh' ich auch ich hab' ich noch ich hab' ich noch ich geh' ich mach' ich mach' ich hab' ich schreib' mal mit Doppel-L übrigens ich hab' ja oder oder kurzes ab das ist mir kurz versuch' also also künstler am Kürzeln kennenl ich ja dann benutzt sie doch wenigstens Deutsch du kannst deutsch aber auch okay dann will ich mal doch verkauft ist nicht wahr oder ha 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 ey machen wir welche werte sind die Sorte zustimmen du willst du du kannst keinem gebannten Raum beitreten leck mich am Arsch alter ha 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 schau bis zur nächsten Folge auf Wiedersehen auf Wiedersehen